Schauen wir mal hier rein. Das sagte der Gynäkologe. Das ist doch wahr. Er fragte sich auf ein leichteres feuchtes Abenteuer. Das mit dem kurzsichtigen Gynäkologen und dem Hund, das habe ich schon mal gesagt, oder? Also ich weiß nicht, ob das im Let's Play gesagt hast, oder? Nothing happened here! Jaaau! Ganz kurzer Prozess. Aua, Aua, Aua! Wohohohoho! Schöner Finisher. Ich bin ein Jedi. Einmal mit der Macht hochgehoben und dann kille du. Wo bin das da einer? Auf. Ach ja. Zehn, Zehn. Ja, komm. Um 300 erhöht, diese Renovierung. Das Einkommen. Das sind aber bei 1000. Ja. 1000 alle 20 Minuten. Ich habe gerade einen Panoramablick gehabt. Darüber stößt du mich einfach. Ja. Ja, aber mir gefällt das Level Design in Rogue sehr sehr gut. So, ich wollte schauen, wo hier... Haus, ist gut. Vor dir. Ja, ich weiß. Ich habe aber geschaut, wo hier das Lager ist, aber das werde ich wahrscheinlich finden, wenn ich das in Aussichtsbund gemacht habe. ich glaube hier ich glaube hier hessingen muss Sorgen fischen bisher Miquel aus Loos ich weiß den Text nicht was aber gut zu viel weinst du wenn du nicht so oft machen würdest dann würdest du Tododododododododododododododododododododododododododododododododoh Twinsnike-Path. Der 2-Schlangenweg. Pfad. 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 Pwad. Schau aber, wie weit sie drin ist. Das ist brutal. Ein Wigginger-Schwert. Ein Wigginger-Schwert. Wollt mir da mir... Nein. Ähm. Eins? Nein. Nein. Wirklich nicht? Nein! Alter! Dude! Sweet! Nachschublager, da gibt's nur fünf Metalle, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Gibt's hier ein Boot. Direkt um die Ecke, wo ich einsteigen kann zum Schiff. Anna, Anna, sitzt im Boot. Das war nicht witzig. Aber sehr jung, das ist ne? Der Song, der war so richtig, richtig dumm. Den bringe ich als nächstes Hope um. Das ist bestimmt mein Vornamen, Anna. Anna Hope um. Anna Hope um. Käpt'n am Ruder! Danke. Gebt mir etwas Haar! Dreht und dreht und dreht und nichts passiert. Schiffphysik. Schiffphysik. Schiff, nicht Shit. Ich hab's Ship gesagt. Ich hab's Ship gesagt. Was du wieder von mir denkst und willst. Ich glaub, das will ich gar nicht wissen. Setz Top, Brahm und Mars segeln. Schreib gut, könnte wertvoll sein. So, ich muss jetzt nochmal nachgucken, ob ich auch richtig richtig segle. Schiff. 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 Schätzchen. Schiff. Ja. Du weißt wie der kleine Bruder von 50 Cent heißt? Nein. 25 cents. Das wäre ein Quarter im Indischen. Gut möglich. Und der große Bruder heißt Dollar. I need a dollar, a dollar, a dollar is one I need. Nein, Nikas, nein. Meine Ohren. Das Lied fand ich aber gut. Das haben wir mal in der Schulband gemacht. Ich weiß. Ich fand das Lied nie gut. Ich habe es eigentlich ganz gerne gemacht. Das war so schön einfach. Und ich habe dabei Schlagzeug gespielt. Solo-Sänger. Ja. Refrain. Ähm. Okay. Wie cool. Käpt'n nimmt ein Bad. Ach, Schiff rufen. Ah, okay. Okay. Ja. Ähm. Äh. Witzig. Es ist, wenn mal die ganze Insel. Äh. Geläuft. Ja. Die Insel ist groß. Oh. Ja. Dann freue ich mich schon mal. Ja. Ehre und Treue. Alles beides. Das wird aber anstrengend. Ha. Shay. Ein gern gesehener Gast. Jack? Colonel Monroe hat sich General Montcalm ergeben. Die Franzosen haben mit den Abenaki vor Henry eingenommen. Johnson sollte eigentlich Verstärkung heranschaffen. Ich sehe sonst niemanden. Die Abenaki sind unruhig. Sie kennen den Begriff ergeben nicht und wollen Montcalm nicht gehorchen. Der Colonel ist am frühen Morgen abgerückt. Sie laufen in eine Falle. Wartet hier, falls Johnson kommt. Ich... Ich schütze den Colonel. Danke. Es ist eine Falle. Hm. Es. Kann ich endlich meine Schuld bei ihm begleichen. Gutes ist, dass er in den Sequenzen dieses Mundstück nicht anhat. Jep. Ansonsten wäre es ziemlich ungeil. Doof. Komme ich zu spät? Oder zu früh. Nein, er ist ein Magier. Kommt genau unter den Rest. Ein Zauberer. Ja, Skandal. Haha. Vorsicht, da oben ist einer. Rechts von dir. Hä? Ich hab doch B gedrückt. Sorry to drop by. Ja, du hast ihn ja auch... Siehst du? Und rechts von dir müsste einer auf dem Ding sein. Hey! Ich hab jetzt 1000 Pfund auf der Bank. No! Haha! Wow! Lache, Bro! Wow! Bin ich gut oder bin ich gut? Der Beste! Ich wusste gar nicht, dass ich die Wurppfeile ausgerüstet hatte. Wo sind denn die? Die sind? Mit Messer vor allem. Eigentlich hast du gar keinen. Hast du... Hast du... Hast du... Gefangen, was er dir entgegengeworfen hat? Kann das sein? Ja... Vielleicht? Ja, ich bin so gut. Ist auch lustig, dass Geldwerfen noch drin ist. Ich hab jetzt das Gefühl wie keiner. Ne. Das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Okay. Wenn er meint. Wenn er meint. Ähm. Nimm das! Halt von den Feinden! Das ist der letzte! Sehr gut, Männer! Master Cormac! Sir! Beeilt euch! Bringen wir die überlebenden Männer auf die Morrigan! Ein willkommenes Angebot, Captain Cormac! Folgt mir! Sicheres Geleit voraus! Haha! Das ist feige. Ich finde in Anführungszeichen... Was sich hin vor William Henry zugetragen hat? Schlechte Planung und noch weniger Glück, fürchte ich. Mon Calme konnte uns tagelang bombardieren. Froschfresser! Gemacht! Er handelte sehr ehrenhaft. Bei den Unterhandlungen machte er uns ein überaus großzügiges Angebot. Wir durften unsere Waffen und sogar unsere Farmen behalten. Nur um ihn in eine Falle verlafen. Es war nicht zu erwarten, dass uns ein Franzose verteidigt, oder? Nein, sicher nicht. Ihr habt erneut eure Treue zu den Templern bewiesen, Master Cormac. Euer Leben für mich riskiert. Wir sind noch nicht in Sicherheit, Colonel. Was die Treue betrifft... Nun, ich bin euch etwas schuldig, nicht wahr? Ihr... habt mein Leben gerettet. Ihr habt mir eine zweite Chance. Wir arbeiten seit nunmehr einen Jahr zusammen. In dieser Zeit habt ihr uns viele gute Dienste erwiesen. Was auch immer ihr mir zu Schulden glaubt, ist getilgt. Meint ihr nicht auch? Vielleicht. Karaaa! Karaaa! Ha, den kennen wir doch. Das ist jetzt ungünstig. Scheiße. Ne. Kleines bisschen... Au. Vom eigenen gehauen. Friendly fire. Friendly smoke. Au. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ich pflüge durch die Reihen, der Gegner. Das gibt's kein Morgen. Kein Morgen. Kein Morgen. Kein Morgen. Ne, jetzt schiebt ich vorgeschaut. Sehr witzig. Ähm. Ha, ha, ha. Was denn? Ich muss grad geblinzelt haben. Oder was passiert? Ich sag's dir gleich. Gut, Colonel. Haltet eure Männer in Bewegung. Ich übernehme die Vorhut und warne bei Gefahr. Der hat ausgebackt, hat die Arme so gehabt. Ah, okay. Das Messer ist einfach random aus seiner Hand geflogen. Ah, okay. Er hat sich in der Stocken erstochen. Er ist so in der Form auf die Knie gefallen und nach vorne ins Wasser. Ach so. Und dann hat er die Beine auch noch so scheiße gespreizt. Was für ein dumm Beutel. Schön. So. Okay. Schei-Patrick-Kormack. Ich glaub der gefällt mir bisher von allen am besten. Von allen Protagonisten. Äh. 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 Was denn? Äh. Ach nee, doch nicht. Ich dachte es wäre ... Oh. Ha! Ich will aber nicht ins Wasser springen. Oh, ich habe doch unauffällig schwimmen gedrückt. Dachtest du? Ja, dachte ich. Ah, wie cool. Oh, ja. End to deed. Ähm ... Das ist noch ein Gewehr. Schön. Easy. Ich höre was glickern. Ja, aber es ist unten. Das Schwert steckt gar nicht in ihm drin. Ach, das ist ... Attentäter irgendwo. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder schon. Hä, jetzt wieder schon. Dann ... Shay ... Danke. Jetzt bin ich aber gespannt. Worauf? Wie du ihn platt machst. So? So, okay. Ah, ich habe doch ganz vergessen. Ah, ja. Okay. Nevermind. Nein! Oh, wie geil! Nein! 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 Schön! So. 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 I guess. You guys so? And how am I? OK. muKzum terrolescentres correct? Ja.